Liebe Mitchristen, Oktober, Weltmissionsmonat. Papst Franziskus lädt uns ein, über unsere Taufe nachzudenken. Getauft und gesandt heißt das Motto. Und wir möchten ganz besonders während diesem Monat an unsere eigene Taufe denken. Deshalb laden wir Sie alle ein, am 20. Oktober, zur Jointmesse, zum Gottesdienst in Bruder Klaus um 11 Uhr mit allen Sprachgemeinschaften unserer Pfarrei und mit vielen Sprachgemeinschaften der Stadt Bern. Wir möchten mit Jugendlichen über unsere Verantwortung als Christen in unserer Welt nachdenken. Ja, wir freuen uns, dass Jugendliche sich spontan angemeldet haben. Wir möchten den Gottesdienst organisieren, sagten sie. Schön, wir freuen uns. Sie werden mit uns beten, mit uns singen und sie werden sogar ein Zeugnis ablegen über ihre eigene Verantwortung als Christen in unserer heutigen Welt. Freuen wir uns am Sonntag, den 20. Oktober um 11 Uhr bei uns in Bruder Klaus.